Ey Leute, ich hab außerdem das Handy von Leontien mit mir nach Hause genommen und schaut mal was ich hier gefunden habe. Hier ist so das Gamingzimmer von mir. Ich wollte gerade den Greenscreen runter machen und Digger guckt mal, da steht einfach Leontien dran. Hä, wer ist das gewesen? Ich bin richtig sauer, schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt, wer das gewesen ist.